Wir gehen bei der Inflation davon aus, dass diese sich abschwächt. Wir sehen eine Stabilisierung bei den Energiepreisen. Das dürfte dazu führen, dass die Inflation, die aus diesen Energiepreisen kommt, im Jahr 2023 abnimmt. Die Inflationsraten werden etwas sinken im Jahr 2023. Insbesondere die Inflationsrate, die publiziert wird. Das hängt viel mit Benzinpreisen, mit Rohstoffpreisen generell zusammen. Die sogenannte Kerninflation, das heisst die Inflationsrate ohne die Nahrungsmittel- und Energiepreise, wird hartnäckig hoch bleiben. Die Inflation sollte wieder zurückkommen. Wir sollten wieder Preisstabilität haben. Das ist die Inflation unter 2%. Konkret gehe ich von einem Wert von 1,5% aus. Was den Franken im nächsten Jahr unterstützen dürfte, ist die hohe Inflationsdifferenz zwischen der Schweiz einerseits und auf der anderen Seite den USA, der Eurozone. Das hilft längerfristig, sich den Franken stärker aufzuwerten. Der Franken wird auch im nächsten Jahr stärker werden, sowohl zum Euro als auch zum Dollar. Es gibt zwei Gründe. Zum einen ist die Inflationsdifferenz da, die Währung ausgleichen. Das heisst in der Eurozone und auch in den USA ist die Inflation deutlich höher als in der Schweiz. Und zweitens hat auch die Nationalbank, das hat auch Thomas Jordan wieder betont, ein Interesse daran, dass der Franken stark bleibt. Und die Nationalbank bei Bedarf sogar am Devisenmarkt den Franken stärkt. Gegenüber dem Euro werden wir unterhalb der Parität bleiben. Das tut aber nicht ganz so weh, wie es tönt, weil da ja die Teuerung hierzulande tiefer ist. Nimmt natürlich der preisliche Wettbewerbsnachteil ab, wenn die Kosten weniger stark steigen als bei den Konkurrenten im Ausland. Aber wir bleiben unterhalb der Parität. Und beim Dollar, da sehe ich ebenfalls eine Seitwärtsbewegung. Da kämpfen eigentlich zwei sichere Häfen gegeneinander. Ja, unvermeidbar wahrscheinlich nicht. Aber die Risiken sind schon da, dass es zu einer Rezession kommt in verschiedenen Regionen. Beispielsweise in den USA könnte der starke Zinsanstieg zu einer Rezession führen. Allerdings sehen wir da eher eine leichte Rezession. Denn eine schwere Rezession in Europa ist es sicher die Energiekrise, die zu Rezessionsrisiken führt. Was sicher unvermeidbar ist, ist eine deutliche Abschwächung über den Winter. Das heisst, auch im ersten und zweiten Quartal erwarten wir auch ein schwaches Wirtschaftswachstum. Kann sein, dass beide Quartale in der Schweiz sogar negativ sein werden. Das wäre dann Rezession. Aber wenn, dann nur eine sehr schwache. Die wird man gar nicht gross spüren. Wichtiger ist, dass dann im dritten und vierten Quartal sich die Wirtschaft wieder erholt. Das heisst, für das Gesamtjahr 2023 erwarten wir ein positives Wachstum von 0,8 Prozent in der Schweiz. Also in der Schweiz sehe ich keine Rezession. Wo ich eine Rezession sehe und die hat bereits begonnen, ist in Grossbritannien. Auch die Eurozone rutscht in eine Rezession. Die USA sollte so knapp an einer Rezession vorbeischrammen. Wobei dort ist das Risiko, dass es doch schlechter kommt, als gedacht, relativ gross. Also im 2023 sehen wir doch einen schlechteren Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit sollte leicht ansteigen. Aber ich denke, die strukturellen Herausforderungen, die bleiben, also der Fachkräftemangel, das ist eine Herausforderung vor allem für die Unternehmen, die strukturell ist und die in den nächsten zehn Jahren bestehen bleiben wird. Die Unternehmen werden, auch wenn es wieder etwas Schwäche geht in der Wirtschaft und in ihrem Geschäft, versuchen die Leute so lange wie möglich zu behalten, damit sie sich später nicht neu suchen müssen. Das heisst, wir gehen davon aus, dass die Arbeitslosenrate trotz konjunktureller Schwäche in der Schweiz nicht massiv ansteigen wird. Das Beschäftigungswachstum wird sich etwas verlangsamen, aber die Arbeitslosenquote wird nicht steigen. Ich denke, die bleibt unverändert auf dem tiefen Stand von heute. Das führt dazu, dass Unternehmen nach wie vor Mühe haben, Personal einzustellen. Umgekehrt aber hält das die Konsumenten in Kauflaune, dass sie sich ihrer Stelle sicher sind.